Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Battle Royale Call of Duty. Dieses Mal in Geschwung, weil ich die Aufnahmen fast verkackt habe. Aber jetzt sind wir hier am Start. Was ist das? Was ist das? okay okay ein bisschen schütten schaden wir haben keinen schönen und kein mann vor allem das ärgert am meisten oder ich werde es irgendwo bereuen wir haben immer noch kein money das ist schön scheiße aktuell sind wir ja noch gut in der sache ich hoffe es ist hier schön drin hat sich irgendeiner schon weggelootet ja perfekt jetzt haben wir wenigstens wieder was ja jetzt nur orangene kiste wäre auch fresh okay leichter schweiz kann er gerade hier nicht ernsthaft sein oder was war das okay ich weiß nicht ob wir schon zum plukplatz vorrücken sollen wohl derjenige müsste eigentlich für mich entsprechend eine ausrüstung haben ich hoffe nur nicht ein sniper gewerf oh nice nice Okay. Hier war wohl sehr sehr vielen Mann. Okay. Damn. Der Typ, der die Kiste gerufen hat, müsste doch bestimmt schon längst weg sein. Okay. Gut. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich schocken konnte. Okay. 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 God. Ob wir das schaffen? Okay. 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 Also das Schild wurde hier schon ganz schön ordentlich da gewesen. Hm. Äh, jetzt ist die Frage. Blöder Sniper. Hm. Ich hab sie leider gedacht. Engel stabbed euch auf zu. Das arae war. Der effektiv것 Grad verschwindet. die haben hier vorbeigedelfen oh mein gott er war ja noch schlechter dran als ich wollte bestimmt zum airdrop die sohn aus relativ stabil da gehen wir nicht hin mal kurz die lage checken der snapper von hier irgendwo auf dem flug fällt der macht mir sorgen es leben hier verhältnismäßig zu reden noch ja ok dann würde ich sagen chillen wir uns mal hier ein bisschen rum und hoffen das beste ich habe so das gefühl wenn ich jetzt irgendwie anfange irgendwo hart in eine richtung zu laufen bringt mir nur den tod ein da ist schon wer hoffentlich ist die waffe gut ok wir machen jetzt mal jolo maus genau das meine ich damit ok 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 hier war doch noch wer Ich bin hier. Oh, komm. Spragi, es hatte mich schon. Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, das war nämlich der zweite, der mich nicht angegriffen hat. Aber für den einen, den ich gerade erschossen habe, tat's mir leid. Gar nicht gemerkt, dass mein Schild da unten war. Heiße. Hm, Frage ist jetzt. Ob der hier noch irgendwo ist. Und ekelhaft auf mich wartet. Kommt schon. Verdammt guten Inkel. Oh, da muss ich nicht schaffen was. Über den Scheißfeld. Völlige Freude. Oh je. War das der, der mich finishen wollte? Oh Gott. Wir müssen ganz schnell nach drüben. Oh nein, hier liegt jemand. Oh nein, hier liegt jemand. Und dann kommt der Inkel. Ja... Ja... Ja, können wir sehen. Ist besser... Oder? Hm. Ja Leute, Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich will die named. Motz drauf. die so ich muss verarschen falsche Ecke leicht Nein, was war los? Okay, ich dachte ich komme nochmal in Gulag hinein Okay, das war es dann wieder für diese Folge Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und dann bis zur nächsten Folge von Call of Duty Warzone Haut rein, tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal